So, noch zum Ende einen kleinen Vlog. Jetzt haben wir es, ähm, fast nur 015. Und wir sind jetzt zurück in Lauer. Jetzt sind wir noch zurück, jetzt müssen wir noch zu unserem Pass laufen, Tür aufmachen, auf den Hof fahren, rein in die Wohnung und dann das Video. Also, dann noch ins Zimmer und dann können wir wieder zurückhalten und alles andere als mögliche machen. Burger, und dann können wir nochmal ins Bett. Morgen, wie gesagt, keine Frühfahrt, leider. Leider keine Frühfahrt. Morgen muss ich erst kochen, dann putzen wir hier von der WG. Dann putzen, ich habe meine Geburt, die WG. Und erst dann, wenn das erledigt ist, können wir dann, und erst wenn das erledigt ist, können wir wieder fahren. Ich richte mal, ich richte mal, ich richte mal ungefähr, mit ungefähr, äh, 15, 16 Uhr, bis wir rauskommen. Dann fahren wir, wie gesagt, nur bis Freiburg und gehen da in die Innenstadt. Sollte ja kein Problem sein. Und dann, wenn ich mich vorher noch informiere, wo, 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 also wohin fährt. Also, zuerst, zuerst fahren wir in Richtung Münster, wenn das einfache zu finden, und danach können wir die beiden Stadien ansteuern. Die werden wir schon unten finden. Also, ich mache jetzt, jetzt sage ich mal Gute Nacht. Und dann, wartet. Also, Gute Nacht. Gute Nacht.